Das Erste, was du jetzt machst, ist den Akku abstecken. Du hättest ja hochklettern können. Lass ihn einfach runter. So, komm. Komm, lass ihn. Unten feststeilen. Ja, müssen wir mal gucken genauer. Jetzt alles, was hier reinpasst. Aber ich will dann schon langsam anfangen senkrecht zu stellen. Das sind mehr Meter als unsere. Ich hoffe es. Ein paar fassende Stangen einfach mal hier lassen. 14. Manni hat natürlich jetzt den Vorteil, der braucht das gar nicht separat wegzubringen. Das kann ja bei allen wischen. Ja, 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 das ist richtig. Ja, warte, warte. Man könnte sich das auch zu Hause hinlegen. Ja. Man muss doch nicht jedes Mal losfahren. Solange das geht, dünn bleibt. Bitte nicht. Das ist ein alter Hint. Der wird auch schmaler. Hier habe ich die Nummer 5. Das sieht aber doch schon besser aus. Das ist ein alter Hint. Ja, du bist los. Ich weiß, man weiß. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Ich bin immer der Läser. Ja. Guck mal jetzt. Ein bisschen los da. So, komm her. Nächste. Nächste. So Manni, und dann nimmst du die Jungs mal auf die Schulter. Gerade rein. So. Das ist jetzt mal gut. Das geht so. Bisschen besser ein. Schlaufen. So, dann geht's. Hoch. Hier unten muss ein Fender hin, ein Mutiger. Ja, ja. Weil wenn der hier runterkommt, du fängst ihn auf, hast du Glück, dann bleibt alles heil. Jetzt könntest du aber Glück haben, dass du mit der Schlaufe... Ja, ja. Da kommt der Schlaufe schnell rein. Ja, ja. Das könntest du sehen, ne? Ja, nein. Ja. Doch, hier kommst du hier, kämpfst du gerade hoch. Aber kriegen wir das Ding jetzt so raus... Nee, nee, nee. Hier, Mann. Sag mal, wir sind immer noch zu hoch jetzt. Das ist noch besser. Vorsicht! 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 So, geht mal anseite Manni. Anseite. Vorsicht. So, das ist jetzt so rum hier. Ja. Ja. Warte, jetzt geht mal nach hinten. Wir können da auflegen. Auf den oder auf den nächsten. Auf den hätte ich jetzt draufgelegt. Auf den Wickeln? Ja, ja. Warte mal, genau. Ich tue meinen Fuß dagegen. Jawoll! Das sind die Leute, die die Füße haben. Wunderbar. Ja. So. Dann komm ich wieder mit Stand an. So, genau. Und wenn wir da durchgehen... Nee, geht's gar nicht. Dann eben da. Genau. So. Ja, jetzt ist schön. So. Dann kann man den schön angehen. So. Bist du schon da rein da oben? Ja, ich noch ein bisschen. Ja. Jetzt langsam runter. Jetzt langsam. Komm, löschen. Ist das los jetzt hierher? Ja. Jetzt sind alle los? Jetzt. Ihr guckt bitte mit hoch. Falls der runterfällt. Da knackt uns dann noch ein Dassel drauf. Oh, raus. Bist du? Ja, kann. Kann. Ist doch raus. Jetzt geht's fest. Was? Den haben wir mit viel Glück aufgespießt. Weißt du das? Ja, toll. Ja. So, einfach viel Glück. So. Und jetzt komm ich. Runter. Ab. Jawoll. Hier. chmal. Weißt du. Ja, wir müssen den dangerschein. Jetzt kommen wir zu dir ausruhen. So, mal. Ja, besser mal raus. So, jetzt. So, jetzt komm ich auch noch mal der Run runter. Dann kommen wir jetzt noch selbst einen Meter an. So, jetzt haben wir hier. So. So, jetzt. Der kann nicht groß gut, ey. Jetzt kannst du ihn mal runter, hast du gut? Ja. Manni. Jawoll. Das erste, was du jetzt machst, ist den Akku abstecken. Du hättest ja hochklettern können. Lass ihn einfach runter. So, komm. Kommen lassen. Unten fest teilen. Ein Fuster. Jetzt müssen wir noch zerreißen. Ja, endlich ist das Ding leise. Toll, Jungs. Richtig klar. Und jetzt noch die Kabinen. Nichts dran. So. 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 So.